Servus und herzlich willkommen zum heutigen Video. Sau cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist passiert, ich habe einen neuen gebrauchten Daumenhörrahmen gekauft, weil, ihr habt es vielleicht mitbekommen, vor ein paar Wochen habe ich leider festgestellt, dass mein Roseram bei der Kettenstrebe einen Riss hat. Klar, man hätte das sicher bei irgendeiner Firma reparieren können und und und. Aber ich habe in dem Video eben auch erklärt, dass es tatsächlich eigentlich keinen Sinn macht, dieses Bike als Daumenhörter wieder aufzubauen, weil ich es kaum nutzen würde. Deshalb hat der Lotter sich weg umgeschaut und hat was richtig Schönes, Gebrauchtes gekauft und das möchte ich euch jetzt natürlich zeigen. Das wird der neue Daumenhörrahmen. Fox 40 rein, D-Max rein, das wäre richtig geil. So, meine Damen und Herren, das war natürlich ein Scherz. Das hier wird nicht der neue Daumenhörrahmen, sondern der Freund Schlotter hat was anderes Gebrauchtes gekauft. Alles ruhig jetzt mal schnell. Das ist das neue Daumenhörprojekt. Das sieht schon gleich besser aus, würde ich behaupten. Das ist ein Specialized Demo 8 Rahmen von 2012. Der wurde mal professionell entlackt und gebürstet. Es ist in meinen Augen noch nicht so ganz vollkommen, aber ich denke mal, wir werden das sogar so lassen. Also ich werde den Rahmen noch komplett abschleifen, richtig schön abschleifen, dass auch die ganzen Schleifspuren in eine Richtung gehen. Dann werden wir das richtig schön fein machen. Also richtig schön fein schleifen einfach, dass das so richtig glänzt. Und dann werden wir das Ganze noch mit Klarlack übersehen und richtig schön irgendwie diese Specialized Decals wieder in schwarz drauf machen. Unseren Biking is Awesome Schriftzug werden wir irgendwo mit integrieren. Das könnte richtig cool werden. Genau, ansonsten, was gibt es zu dem Bike zu sagen? Ja, viel gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich meine, es ist ein 26 Zoll Rahmen, logisch, weil wir haben ja auch noch die 26 Zoll Laufräder. Es wird die Fox 40 reinkommen. Aber was da jetzt genau dann alles reinkommt und was wir an Komponenten noch haben, das schauen wir uns gleich noch genauer an. Bei der Kurbel müssen wir mal schauen, da werden wir vielleicht entweder ein anderes Innenlager brauchen oder eine andere Kurbel. Das wird wahrscheinlich nicht passen, was ich da noch habe. Aber ansonsten ist es wirklich schon was echt Schickes. Habe ich Gebrauch gekauft für unter 500 Euro. So wie ich ihn jetzt hier halte. Steuersatz ist noch mit drin. Der läuft eigentlich auch ganz gut. Und man muss tatsächlich sagen, dass die Lager vom Hinterbau noch extremst gut laufen. Also es ist eine minimale Rauheit da, aber das ist wirklich absolut im Rahmen. Also auf jeden Fall bin ich da wirklich sehr begeistert. Ich denke auch, da müssen wir die Lager nicht austauschen. Das macht wenig Sinn. Genau, dann würde ich sagen, werden wir im heutigen Video jetzt erstmal uns noch einen Überblick verschaffen, was wir jetzt an Komponenten alles da haben, beziehungsweise was wir vielleicht noch bestellen müssen. Und im nächsten Video werden wir das Ding dann komplett auseinander bauen, werden die ganzen Teile abschleifen, außer hier hinten die schwarze Kettenstrebe, sage ich mal. Die wurde mal gepulvert, die lassen wir so, die machen wir nur ein wenig sauber. Ich denke, dann haben wir ein bisschen mehr Kontrast im Bike, ist ganz cool. Aber den Rest werden wir komplett schleifen. Habe ich auch schon alles gekauft, das liegt schon hinten. Das gibt es dann im nächsten Video. Okay, dann schauen wir uns jetzt nochmal die ganzen Komponenten an, dass wir wissen, was da auf uns zukommt an Arbeit. Also Freunde der Sonne, diese wunderschöne Kiste habe ich damals zusammengepackt. Da habe ich alles von dem ganzen Auseinanderbauen von meinen beiden Bikes einfach reingeworfen. Dann, was haben wir noch? Das D-Max-Vorderrad. Das habe ich auch einfach so gelassen. Da müssen wir mal schauen, ob wir den Reifen drauflassen. Eigentlich spricht nichts dagegen. Was ist denn da drauf? Ein Magic Mary. Ja, das ist doch eigentlich perfekt fürs Downhill. Den können wir eigentlich drauflassen. Dann haben wir das Hinterrad. Auch das D-Max-Hinterrad. Mal gucken, ob wir das mal zentrieren müssen, aber ich glaube fast nicht. Das werden wir mal ein wenig sauber machen, ist ziemlich dreckig. Aber ansonsten, ja, und hier müssen wir einen neuen Verschlussring. den Lauf machen, der ist kaputze ich gerade. Den machen wir gleich mal hier runter, dass wir das da nicht vergessen. Ja, und dann haben wir natürlich noch Fahrwerk. Fox 40. Die haben wir auf jeden Fall. Die kommt rein. Das wird geil. Das wird geil. Und das Geile ist, ich habe für die Fox 40 noch Kashima Rohre. Für Coil-Systeme, also das ist auch eine Coil. Das ist auch ziemlich nice. Dann können wir die Fox 40 noch auf Kashima umbauen. Das Einzige, was eben jetzt nicht passt, ist das mit dem Dämpfer. Also in dem alten Bike war ja der RC4-Dämpfer drin. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da die Einbaulänge 225. Wartet mal, ich stelle das nochmal weg. Dann können wir das hier alles mal ein wenig hinlegen. Wenn ich jetzt da mal ungefähr hinmesse. Ja, stopp. Haben wir denn da für eine Einbaulänge ungefähr? Ja, das ist jetzt 222. Und das Specialized Demo hat eine Einbaulänge von 241, 240, je nachdem. Aber da wäre mein Plan, dass ich den Dämpfer aus meinem aktuellen Downhäler nehme, den Can Creek Double Barrel. Der hat ja auch noch, der hat ja erst einen frischen Service bekommen dieses Jahr. Und das Schöne ist, das Demo von 2012 wurde eben auch mit dem Can Creek Double Barrel ausgestattet in der High-End-Ausstattung. Und dann könnte ich mir nämlich für meinen Downhäler, den ich fahre, einfach irgendwas anderes kaufen. Ich hätte nämlich voll Bock, mal den Öl ins Dämpfer auszuprobieren. Oder einfach einen DHX2 rein. Das schauen wir dann mal für nächstes Jahr. Aber auf jeden Fall bauen wir hier den Double Barrel Dämpfer rein, weil das passt einfach perfekt zu dem Bike. Genau, und dann halt, Rädergabel haben wir alles. Laufräder, wissen wir. Am Hinterrad brauchen wir halt auch noch einen Reifen, aber da machen wir auch einfach den Magic Mary drauf. Den müsste ich auch noch haben. Ja, der liegt da oben. Den machen wir da dann auch einfach drauf. Genau, und sonst, was haben wir hier noch in unserer Kiste? Gut, einen Mesh-Guard haben wir noch. Die verstellbare Sattelstütze, die Reverb. Da ist allerdings das Problem, die wollte ich ja eigentlich auch wieder in Centuro reinbauen, aber der Team Gravity-Rahmen hat keine zusätzliche Bohrung im Rahmen, dass wir es innen verlegen könnten. Und ich hätte da eine Bohrung reinmachen können. Das wäre schon alles gegangen, aber das wollte ich dann irgendwie nicht. Und da werde ich mir früher oder später einfach nochmal eine Sattelstütze kaufen, wo man unten am Sattel mit so einem Hebel dann einstellen kann. Genau. Okay, ansonsten, das ist der Vorbau vom Enduro, den werden wir nicht brauchen. Ja, was wir noch brauchen ist den Lenker. Wo ist der Lenker? Also hier haben wir auf jeden Fall noch die Brücke von der Fox 40, von Wayspace. Äh, die Brücke ist von Fox, aber der Vorbau ist von Wayspace. Dem werden wir so auf jeden Fall auch alles beibehalten. Dann komplett Sane-Schaltung kommt dran. Kassette. Ach ja, wo ist eigentlich die Kassette? Ja, dann müssen wir mal gucken. Die Kassette ist hier, ne? Ach doch, hier ist die Kassette. Kassette ist auch da. Also Sane-Schaltung mit der 10-fach Kassette von Shimano. Dann das 36-10-Kettenblatt, das haben wir auch alles. Und jetzt kommen wir zu einem Problem. Das war die Kurbel, die in meinem Enduro drin war. Ähm, und das war halt, ähm, kein Downhill-Breitenstandard, also 83mm, sondern 72mm. Das heißt, die ist hier zu schmal. Also wenn ich die 10-inhalte, ich mach's jetzt mal. Dann ist die hier zu kurz, ne? Also die Kurbel können wir leider nicht verwenden. Das ist sehr schade. Ähm, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Entweder bestelle ich irgendeine gebrauchte. Da muss man halt mal schauen. Irgendwas finde ich da schon. Also an der Kurbel wird's nicht scheitern. Da gibt's mittlerweile gebraucht auch so viel schönes Zeug. Gerade für die alten Rahmen, das ist überhaupt kein Problem. Genau. Ähm, dann könnten wir auch einfach irgendeine Wayspace-Kurbel reinbauen, weil dann können wir das Innenlager alles drin lassen. Ja, das machen wir. Dann lassen wir das Innenlager auch alles drin. Und dann kaufen wir einfach eine Wayspace-Kurbel, die dann schon auch den passenden Achsendurchmesser hat. Und dann können wir ja die vielleicht auch sandstrahlen, neu lackieren. Oder wir finden schon eine, die cool aussieht. Das schauen wir einfach mal an. Genau, dann haben wir ja jetzt lustigerweise zweimal, ähm, X0-Bremsen. Das ist für die Weaver. Weil ich hatte ja auf dem Downhiller war ja eine X0 drauf und auf meinem Enduro. Also wir haben hier zwei. Wobei ich sagen muss, die vom Downhiller, die war eine Katastrophe. Die ging gar nicht mehr gut. Und deshalb werden wir da die von meinem Enduro nehmen. Also kommt auf jeden Fall eine schöne X0-Bremse dran. Und das Einzige, was ich mir überlegt habe, was wir wahrscheinlich machen werden, wir werden vernünftige Galfa-Bremsbeläge drauf machen und auch Galfa-Bremsscheiben. Weil diese ABI-Bremsscheiben sind schon wirklich sehr alt und die sind wirklich nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich denke mal, dass wir die X0-Bremse mit vernünftigen Scheiben und Belägen, wenn wir sie neu entlüften und mal richtig schön sauber machen, dass die wirklich trotzdem gut Brems-Power hat. Aber das werden wir dann letztlich sehen. Im aller schlimmsten Notfall kaufe ich da einfach auch noch irgendeine gebrauchte andere Bremse. Vielleicht eine C oder eine Sane. Da schauen wir mal, wie sich so ergibt. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal was da, was wir benutzen können. Und das Schöne ist an dem Rahmen auch, dass alle Leitungen außen verlegt sind. Das heißt, wir müssen nichts durch den Rahmen legen. Wir können das einfach hier außen schön befestigen. Das heißt, das ist auch schnell getauscht, wenn es uns dann doch nicht taugt. Genau. Ja, und ansonsten, der Rest sind dann alles Kleinigkeiten. Das werden wir dann Stück für Stück einfach entscheiden, was wir da ran bauen. Aber bisher, muss ich sagen, könnte das echt cool werden. Deshalb würde ich jetzt vorschlagen, folgender Plan, Leute. Also, ich habe ja schon angekündigt, wir lassen den Rahmen komplett raw. Außer dieses Teil hier oben lassen wir schwarz. Und hier die Kettenstrebe, die lassen wir auch schwarz. Wir bauen den Rahmen komplett auseinander. Tun alles richtig schön abschleifen. Und dann richtig schön mit Klarlack nochmal drüber. Dass das einfach auch schön glänzt und geschützt ist. Und dann bauen wir alles wieder zusammen. Und dann tun wir nach und nach alle Komponenten ran bauen. Und dann würde ich auch sagen, tun wir relativ zeitnah die Fox 40 umbauen. Dass wir die auf Kashima umbauen und mal einen komplett neuen Service machen. Dass wir die Dichtung raus machen, Ölwechsel machen, Kartusche sauber machen, neues Öl rein. Dass die Gabel wieder funktioniert. Und dann können wir auch den Dämpfer gleich einbauen. Also, ich denke, das wird ziemlich cool. Das sind so die Pläne jetzt. Ihr seid auf jeden Fall dabei. Und wie gesagt, das nächste Video wird dann sein, Rahmen auseinander bauen, alles abschleifen, Klarlack drauf und wieder zusammenbauen. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Und alles Gute noch. Viel Spaß mit anderen Videos. Servus. Bis zum nächsten Mal.